Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Weiter geht es mit dem Thema Klassenspiele und Lückenfüller. Das heutige Spiel heißt Die Suche. Die Schüler laufen durch den Raum und dürfen sich lautstark unterhalten. Ein Schüler wurde vorher als Sucher bestimmt. Der Spielleiter gibt einem vorher gezeigten Gegenstand ins Spiel. Je kleiner der Gegenstand gewählt wird, desto schwieriger ist die Suche. Die Schüler müssen den Gegenstand so unauffällig und geschickt wie möglich aneinander vorbeigeben. Der Gegenstand darf nicht eingesteckt oder irgendwo abgelegt werden. Ein Schüler muss ihn immer in der Hand haben. Hat der Sucher den Gegenstand gefunden, wird der Schüler, welcher den Gegenstand in der Hand hatte, zum neuen Sucher. Welcher Schüler ist der geschickteste und wird natürlich zum neuen Sucher, ist das Ziel des Spieles. So, das Spiel heißt Die Suche. Das ist ganz interessant. Hatte ich ihn durch. Und macht euch sehr viel Spaß. Bis dann, noch viel Spaß und Tschüss. Bis dann, noch viel Spaß.